Das Leben eines Tölzer Sängerknaben. Jeder weiß, dass es sie gibt. Alle kennen sie und jetzt wollen wir sie hören. Unsere Triebis, unsere Trittbrettfahrer. Und ja, begrüßen Sie mit mir zusammen unsere Triebis 2013. Diesmal unter der Leitung von Herr Schiedens-Augung und Christopher Spade. Unser neuer Springer-Rosen-Outfit seit 2013. Sag, was sehen wir denn? Also, Senior Abarth und Rosenhaus im Süden. Ja, gut. Wer hat denn Senior Abarth gekomponiert? Wer weiß denn das? Beethoven. Der Beethoven. Viel Spaß, Senior Abarth. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Was ist jetzt los? Jetzt müssen wir noch kurz erklären, was Trittbrettfahrer sind. Wir haben ja doch einige Gäste auch unter uns, die überlegen jetzt vielleicht die ganze Zeit, was sind denn Trittbrettfahrer? Das kommt also daher alle, die vom Chor 2 in den Chor 1, also in unseren Konzertchor wechseln, sind unsere Trittbrettfahrer, weil sie zwar im Konzertchor sind, aber noch nicht alles können. Das heißt, es kommen dann Konzerte, wo immer der eine oder andere mitfährt, damit er das auch lernt. Also als ein sogenannter Trittbrettfahrer im Konzertchor, ungefähr ein Jahr, bis er dann alles kann und das ganze Repertoire eben auch gelernt hat. Jetzt haben wir hier vier schwarze Männer. Jetzt haben wir hier vier schwarze Männer. Wie viele Blumen? Wie viele kommen da drin vor? Wie viele Blumen? Ich glaube, ich habe da nicht flüstert. Wie viele sind das? 20. 20 Blumen kommen jetzt da drin vor. Sie können jetzt mal mitzählen, ob das auch stimmt. Und die vier, die helfen jetzt mit. Es ist ja auch im Chor 1 so, dass sie mehrstimmig singen. Zwei, drei, vier, fünfstimmig dann. Und dann kann es natürlich mal in einer Stimme ein bisschen dünn werden. Dann sind halt nur drei Altisten. Und dann hilft man sich gegenseitig. Und das machen jetzt die vier. Herzlichen Dank. Und jetzt bin ich gespannt. Die schönsten Blumenklau Wenn ein Eis in einer Sonne nahm aus Zum Blütenfest Von weit, weit her Zu sehen, wer wohl die schönsten wär Der Lauf schickbar Ein Kiesenbrein Der Wund, das ist nicht dazu Oh, welch ein Glanz Welch unser Tranz Ein Mensch war da Der Heil, das war Nur was und Tränen Sein aus der Welt Was in jener Nacht Geschaut Die Feindchen Die Kleinen Und die Augen Bleiben die Ankelein Der Klinge Die Wüste Seht ich auch Was in jener Da doch ein Augenblick und der Friede sagte ihm, Stimme ist im Klang, führte die Dach, Sag er weiß, wir geben wohl den ersten Preis. Sag er weiß, wir geben wohl den ersten Preis. Sie spielten und dann finde ich schön zählen auf, An es republic für den Vertrags, Aller tot und dann wünschte ich schön zählen auf. Sicht, Sicht, der consecene Lieblingschicht schaut, 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 sie ist uns folgend und blämmt, 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 gar nicht am Lüge, doch wer kann das vertan. Seht, seht, auf wen ein ganzes Weg schaut, schaut, was rückt sie einen, doch den Blut, Schad, oder Weiß, wie wir bürzt, wer sie das macht. Schaut, schaut, sie ist uns folgend und blämmt, 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 gar nicht am Lämmt, verndt, kam die Kostlung indien zu himm an. Alle Säuren wird ließt, alle Säuren und schiebt, doch ihr doch der allein sein Schöpfer aller Schöpfer-Klumpen sein. Unser diesjähriger Triegelbohr mit leichter Verstärkung unter Verleihung dieses Jahr von Herrn Anne und Herrn Aldo. Danke Euch! Applaus